Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Kraft, sehr geehrter Herr Partei- und Fraktionsvorsitzender Laschet, sehr geehrter Herr Landesvorsitzender Pavelka, lieber Herr Ehrenvorsitzender Parklis, sehr geehrte Damen und Herren, Gäste des heutigen Festtags, ich danke ausdrücklich dafür nach Düsseldorf in die wunderschöne Hauptstadt des wunderschönen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen eingeladen worden zu sein, in dem mit Herrn Rudi Pavelka höchstknapp, aber demokratisch ein neuer Vorsitzender des BDV-Landesverbandes gewählt wurde, dem ich viel Erfolg und besonders diplomatisches Geschick wünsche. Es ist keine leichte Aufgabe, lieber Herr Pavelka, die Sie hier übernehmen. Als BDV-Landesvorsitzender sind Sie Ansprechpartner für alle und müssen künftig Vermittler sein in dem doch vielschichtigen Personenkreis der vertriebenen Aussiedler und Spätaussiedler mit allen ihren unterschiedlichen Interessen. Denn Nordrhein-Westfalen ist für vertriebenen Arbeit nicht immer ein leichtes Pflaster und die Gründe dazu waren durchaus vielfältig und nicht einseitig. Künftige Arbeit muss daher europäische Entwicklungen berücksichtigen und stets zukunftsorientiert sein. Mit dieser Veranstaltung hier im Eichendorff-Saal des Gerhard-Hauptmann-Hauses würdigt und unterstreicht der BDV nicht nur die Aufbauleistung der Millionen vertriebenen und Spätaussiedler in den 70 Jahren, das ist heute schon mehrfach angesprochen worden, sondern gerade auch die Arbeit des Landesverbandes, die Arbeit der Landsmannschaften und aller anderen Gliederungen unseres Verbandes in Nordrhein-Westfalen. Es ist eine gute Arbeit, auf die Sie alle stolz sein können und auf die das Land Nordrhein-Westfalen stolz sein kann. Und ich hoffe sehr, dass es so bleibt. Es ist heute wichtiger denn je, dass Vertriebene und Spätaussiedler ihre Leistungen gestern, heute und in Zukunft der bundesdeutschen Öffentlichkeit und dadurch auch den Verantwortungsträgern in Politik und Gesellschaft in Erinnerung rufen. Ich denke gerne daran zurück, dass 2015 im Landtag zu Düsseldorf in einer Plenardebatte sogar Konsens darüber hergestellt werden konnte, dass es etwa das Wirtschaftswunder in Deutschland ohne die zupackenden Hände der Millionen Vertriebenen nicht gegeben hätte. Auch das würde zutreffend bereits angesprochen. Nordrhein-Westfalen, ja Deutschland, überhaupt wäre heute ein anderes Land. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch demografisch, kulturell und überhaupt. In aller Bescheidenheit darf ich als Siebenbürger Sachse gerade hier in Nordrhein-Westfalen erwähnen, dass auch wir als Siebenbürger Sachsen hier zu unseren Beitrag geleistet haben. Einige hier wissen vielleicht nicht, dass Nordrhein-Westfalen unser Patenland ist. Deswegen danke ich dafür, Frau Ministerpräsidentin, dass Sie das heute in Erinnerung gerufen haben. Das Land Nordrhein-Westfalen übernahm am 26. Mai 1957 durch Beschluss des Kabinetts unter Ministerpräsident Fritz Steinhoff, SPD, die Patenschaft über die Bundeslandsmannschaft der Siebenbürger Sachsen. Wir hatten lange Zeit traditionell gute Beziehungen zu unserem Patenland. Wir fühlen uns wohl in Nordrhein-Westfalen. Es ist bei uns ja schon ein geflügeltes Wort, dass Nordrhein-Westfalen das schönste Bundesland sei, weil es hier mit dem Bergischen Land den schönsten Landkreis gäbe, der deswegen so schön sei, weil dort draben der Höhe liegt. Die größte zusammenhängende Siedlung von Siebenbürger Sachsen weltweit. Da muss es ja richtig schön sein. Ja, meine Damen und Herren, Vertriebene und Aussiedler stehen zu ihrer Kultur. Sie bringen sich ein und bereichern letztlich ihre neue Heimat. Die deutschen Heimatvertriebenen, die Aussiedler und Spätaussiedler waren und sind eine Bereicherung für Deutschland und gerade auch für Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin und Patin der Siebenbürger Sachsen, wir lernen uns heute persönlich kennen. Das freut mich. Und ich bin zuversichtlich, dass das ein guter Auftakt ist. Ein guter Auftakt, um den Dialog zwischen Nordrhein-Westfalen, dem Patenland der Siebenbürger Sachsen und seinem Patenkind des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, aber auch den anderen Landsmannschaften und dem BDV insgesamt, dem Landesverband neu zu beleben. Die Vertriebenen in Nordrhein-Westfalen haben ihre eigene Geschichte, die sich von jener der Vertriebenen in anderen Bundesländern unterscheidet. Es lohnt sich, 70 Jahre nach Ende des schrecklichen Krieges und des Naziterrors zurückzuschauen, sich mit den Kriegsfolgen und damit auch dem damaligen Vertreibungsgeschehen zu beschäftigen und Erkenntnisse in die Gegenwart hinein zu reflektieren. Beleuchten wir zuerst kurz die Jahre 1945, 1946. Die Hauptankunftsorte der Vertriebenen waren zunächst die sowjetische Besatzungszone, daneben Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern. Die meisten Stadtkreise in Nordrhein und Westfalen wurden im August 1945 von der britischen Militärregierung für weitere Flüchtlinge und Vertriebene geschlossen. Die Ansiedlung sollte sich von nun an hauptsächlich auf ländliche Gebiete wie Ostwestfalen beschränken, da dort die Versorgungs- und Unterbringungslage einfacher schien als in den zerstörten Städten des Rheinlandes. Erst im zweiten Schritt wurde ab 1948, 1949 ein Bevölkerungsausgleich innerhalb der westlichen Zonen vorgenommen, um die ersten Hauptaufnahmeländer zu entlasten. Aufgrund dieser Entwicklung, meine Damen und Herren, wurde Nordrhein-Westfalen dann innerhalb weniger Jahre durch Aufnahme von 2,63 Millionen Vertriebenen zum größten Aufnahmeland innerhalb Deutschlands. Anfangs, auch das wurde angesprochen, waren die Organisationsmöglichkeiten für die Heimatvertriebenen noch ziemlich chaotisch. Es gab ein Koalitionsverbot, das erst am 24. Juni 1948 von der britischen Regierung aufgehoben wurde. Daraus resultierte letztlich im Januar 1949 die Gründung des Gesamtverbandes der Ostvertriebenen in Nordrhein-Westfalen, der Vorgängerorganisation des heutigen BDV. Die frühe Nachkriegsphase und der Neubeginn waren noch von einer Zersplitterung der vertriebenen Landschaft geprägt und obwohl kein anderes Bundesland so viele Vertriebenen und Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten aufgenommen hat wie Nordrhein-Westfalen, war das Verhältnis zwischen dem Bund der Vertriebenen und seinen Landsmannschaften auf der einen Seite und der jeweiligen Landespolitik durchaus parteiübergreifend, auf der anderen Seite oft schwierig, jedenfalls stets eine Herausforderung. Mit Übernahme der bereits angesprochenen Patenschaften für die Simburger Sachsen oder für die Oberschlesier. Einige Jahre später hat Nordrhein-Westfalen letztlich auch positive Zeichen gesetzt und dafür sind wir ausdrücklich dankbar. Wichtig bleibt, diese Patenschaften verstärkt mit Leben zu füllen und nehmen Sie das als eine Liebeserklärung der deutschen Heimatvertriebenen an dies wunderschöne in Nordrhein-Westfalen, dass wir aus Überzeugung immer wieder wiederholen. Selbstverständlich gibt es auch in Nordrhein-Westfalen aus unserer Sicht Verbesserungspotenzial. Es gibt einige Entscheidungen der letzten Zeit, die wir gerne anders gehabt hätten. Ich denke da beispielsweise an die Initiative zur Einsetzung eines Landesgedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung, wie das in mehreren anderen Bundesländern erfolgt ist oder an das mit viel Einsatz und viel Geduld geführte parlamentarische Verfahren für die ebenfalls Herr Laschet Dankeschön angesprochene Erinnerungsgedenkstätte in Unamassen. Für 2,5 Millionen Menschen war die Landesstelle Unamassen eine erste Zuflucht in Deutschland. Viele von ihnen fahren auch heute noch von der Autobahn ab, wenn sie an Una vorbeifahren und statten einen kurzen Besuch ab. Es sind so viele Erinnerungen an diesen Ort geknüpft. Erinnerungen, die gerade angesichts aktueller Herausforderungen der weltweiten Flüchtlingskrise ein wertvoller Kompass auch für die Nichtvertriebenen sein könnten. Wir, die Heimatvertriebenen, wissen, wie es ist, die Heimat zu verlieren und auf Hilfe und Aufnahmebereitschaft angewiesen zu sein. Deswegen, meine Damen und Herren, ruft der BDV immer wieder zu mehr Empathie mit heutigen Opfern von Flucht und Vertreibung auf und leistet Hilfe und Unterstützung, wo er kann. Sehr erfreulich ist, dass mit Staatssekretär Thorsten Klute ein Landespolitiker für die Belange der Deutschen Vertriebenen und spätaus wieder zuständig ist, der uns Anerkennung und Empathie entgegenbringt. Dafür möchte ich Herrn Staatssekretär Klute aufrichtig danken und bitte Sie, Frau Ministerpräsidentin, diesen Dank mitzunehmen. Er hat sogar… Torsten Klute, meine Damen und Herren, hat sogar unseren Heimattag der Simburger Sachsen in Dinkelsbühl schon besucht und setzt damit eine Tradition fort, die von Willy Brandt und Johannes Rau begonnen wurde. Ich lade auch Sie, geehrte Frau Ministerpräsidentin, dazu ein, sich dieser Tradition anzuschließen. Die Patenschaft, das wissen wir, feiert wie das Gerhard-Hauptmann-Haus im nächsten Jahr 60. Geburtstag. Das wäre vielleicht ein guter Anlass zu einem Besuch des Patenkindes. Eine ganz besondere Freude ist es mir, Sie, sehr geehrter Herr Laschet, wiederzusehen. Ihre Anwesenheit bestätigt erneut, dass Sie unverrückbar an der Seite der Deutschen Heimatvertriebenen stehen. Ich erinnere mich ausdrücklich gerne an die vielbeachteten Feierstunden der CDU-Landtagsfraktion zum Tag der Heimat. Ihrem Engagement und dem Einsatz des Beauftragten Ihrer Fraktion für Vertriebene und Spätaussiedler, Herrn Werner Joostmeier, ist es zu verdanken, dass Anliegen der Spätaussiedler und Heimatvertriebenen immer wieder auf die politische Agenda gehoben wurden. Ich nutze die Gelegenheit, um Ihnen, lieber Herr Joostmeier, für diesen Einsatz für die Anliegen der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler in Nordrhein-Westfalen hier und heute ausdrücklich zu danken. Dass Sie nach vielen Jahren Einsatz in der Politik im nächsten Jahr nicht mehr für den Landtag kandidieren werden, ist für uns alle ein Verlust. Ihr Wirken wird uns unvergessen bleiben. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun den Blick über Nordrhein-Westfalen hinaus und in die Zukunft richten. Der BDV gehört bundesweit zu den ersten gesellschaftlichen Organisationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Arbeit aufgenommen haben. Doch unsere Ziele und Anliegen sind auch nach 70 Jahren beileibe nicht antiquiert. Unser Einsatz zur Pflege des mitgebrachten immateriellen Erbes, unserer Bräuche und Traditionen des vielfältigen geistigen Wirkens als Teil der gesamtdeutschen Kultur im Sinne des Paragrafen 96 BVFG ist bekannt. Ich möchte das heute daher nicht weiter vertiefen. Der BDV und seine Landsmannschaften beteiligen sich auch am politischen und gesellschaftlichen Diskurs zu den Herausforderungen der Gegenwart. Dazu gehört etwa unsere Forderung nach Empathie mit Opfern von heutigem Vertreibungsgeschehen. Wir leisten hier konkrete Hilfe. Der BDV bietet in 16 Beratungsstellen in zehn Bundesländern ein offenes Ohr und offene Herzen für Flüchtlinge und Vertriebene von heute. Gleichzeitig weisen wir in der politischen Debatte auf die Notwendigkeit einer klaren Differenzierung hin, dort wo Vergleichbarkeit gerade nicht gegeben ist. Sie, Herr Laschet, haben das dankenswerterweise bereits angesprochen. Wenn etwa aus der gelungenen Integration der deutschen Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg gleichsetzende Rückschlüsse auf Integrationserfordernisse heute gezogen werden, dann ist das gefährlich, leichtfertig und oberflächlich. Mit uns kamen damals nämlich Menschen aus demselben Land, aus demselben Kulturkreis. Genau genommen waren etwa Ostpreußen, Pommen oder Schlesien nichts anderes als Binnenflüchtlinge im eigenen Land. Sie sprachen selbstverständlich dieselbe Sprache und lebten die gleichen Werte. Nun, bei den Menschen, die sich heute zu uns retten müssen und die wir integrieren wollen, ist das ganz anders. Für diese ist unsere Lebensweise fremd und uns ist deren Lebensweise fremd. Sie sprechen unsere Sprache nicht und verstehen meist nicht, wie wir denken oder welche Werte unser Leben prägen. Das, meine Damen und Herren, sind die alles entscheidenden Merkmale, die vertriebenen Politik der Nachkriegszeit von einer Integrationspolitik und insbesondere erst recht von einer Migrationspolitik heute unterscheiden. Die Welt hat aus den beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts und dem dadurch verursachten Leid während des Krieges und fortwirkend weitere Jahrzehnte offenkundig nicht genug gelernt. Erneut sind weltweit über 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Je weiter die ethnische Säuberung und die Vertreibung der Deutschen zurückliegen, je weniger Menschen der Erlebnisgeneration aus erster Hand berichten können, desto wichtiger wird es daher, die Stimme gegen das Vergessen zu erheben. Die landsmannschaftlich getragenen, institutionell unterstützten Museen, wie auch diejenigen, die sich selbst überlassen werden. Die Forschungsinstitute mit Schwerpunkten zur mittel- und ostdeutschen Geschichte und Kultur, die BDV-Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Wir alle, meine Damen und Herren, wollen genau dieses leisten. Es gehört zwar zu den originären Aufgaben aller Landsmannschaften und aller BDV-Gliederungen, das Gedenken an das Unrecht der Vertreibungen im Kontext von Ursache und Wirkung wachzuhalten. Das ist aber, wie Sie, Frau Ministerpräsidentin, sehr zutreffend festgestellt haben, keine Aufgabe, die den Heimatvertriebenen alleine zukommt. Die gesamtdeutsche Bevölkerung, wir alle sind gefordert, uns für eine nachhaltige Erinnerungskultur einzusetzen, in der auch das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen einen unumstrittenen Platz haben muss. Im Februar hat die Bundesregierung die Weiterentwicklung der Konzeption zur Erforschung, Bewahrung, Präsentation und Vermittlung der Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa nach § 96 Bundesvertriebenen Gesetz vorgelegt. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Eckpunkte skizzieren eine richtige Entwicklung. Ich zitiere aus einer Pressemitteilung des Deutschen Bundestages dazu. Die Bundesregierung sieht in der Förderung des kulturellen Erbes der Deutschen im östlichen Europa gemäß § 96 des Bundesvertriebenen Gesetzes einen Beitrag zur kulturellen Identität Deutschlands und Europas. Es gehört zum Selbstverständnis eines föderalen Staates, dass sich Deutschland, seine Länder und Regionen ihrer historischen Wurzeln und Traditionen vergewissern und dies schließt die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa mit ein. Zitat Ende. Sehr richtig. Meine Damen und Herren, nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle auch die endlich beschlossene Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter. Der Deutsche Bundestag hat dafür einen Betrag von 50 Millionen Euro genehmigt. Schon in diesem Jahr sollen die ersten Entschädigungszahlungen ausgereicht werden. Das ist zwar nur eine symbolische und dazu noch recht späte Anerkennung des großen Sonderopfers dieser Menschen. Für diese aber ist es ein wichtiges und unverzichtbares Signal. Es ist eine Anerkennung und damit eine Hilfestellung zur Versöhnung mit der eigenen Biografie. Solche Schritte, meine Damen und Herren, sind darüber hinaus ein klares Bekenntnis zu uns, welches von einem breiten politischen Konsens der Großen Koalition im Bund getragen wird und dafür bin ich ausdrücklich dankbar. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, möchte auch ich Ihnen Danke sagen. Ich danke Ihnen allen, den Mitstreitern im BDV und allen, die uns freundschaftlich zur Seite stehen, für Ihren Einsatz und dafür, dass Sie unserem Anliegen gewogen bleiben. Gerne lade ich Sie ein, am 3. September zur Auftaktveranstaltung des Tages der Heimat in Berlin erneut Gäste des Bundes der Vertriebenen zu sein. Ich verrate ein kleines Geheimnis. Bundespräsident Gauck hat seine Teilnahme angekündigt. Ich freue mich auch über Sie, über jede und über jeden Einzelnen. Herzlichen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.